Spirit, Doktor und Hexe grafisch Wie auch Frau Kondel, oder? Die musst du dir mal nicht verpasst haben? Ich glaub ja... Bestimmt! Hehehe Mein Leben mehr mit Geist Ich glaube einer meiner ersten, die ich leveln muss, wird Nurse Na, das hat auch gute Belags Dann fang ich mir an mit Scherben die ersten Killer zu holen Dann muss ich bei Survivor ja die ganzen Leute level Zum Beispiel halt ja die PS4 schon trotzdem behalten Und auf PS5 kann ja... Für auf PC kann ich ja nur Killer schulen Weil... Bis sie alle mal in PS5 waren Discord draußen Hä? PS5 IST Discord draußen? Jaja, aber... Naja... Kaufe mir eine! Kaufe mir eine! Kaufe mir eine! Hehehe Die... Die gibt's jetzt bei... Bei Otto für günstiger Zu verkaufen, Levin Für... 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 Ne, ne... Für 498 Euro statt 499 Euro Oh super! Nein, nein... Weiß ich nicht... Weiß ich nicht... Aber so viel... Haben die... Haben ich das gesehen... Hab ich Werbung gesehen... Otto... Verkauft die jetzt für günstiger... Wie viel weiß ich nicht... Das ist crazy... 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 Hat er gesagt... Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Schade... Wo ist der Schrank? Erblieben, du magst nicht... Der... Ja, und der ist wieder im Schrank... Hier... Stimmt... Stealth Killer... Stimmt so ein Ghostface... Ich lach's euch... Ich glaub auch... Den sieht man auf der Map extra gar nicht... Oh mein Gott... Nein, er hat ihn knallen lassen... Der Generator... Ne... Er hat ihn immer noch... Hörnig... Habe ich leid noch... Er hat ihn... Er hat ihn... Er hat ihn... Er hat ihn... Der kommt gleich hierhin... Er hat ihn... Er hat ihn definitiv... Ein Stealth Killer... Ja, ja... Gott... Wer ist denn... Warte... Da hinten liegt gerade einer... Hä? Hä? Was? Oh Scheiße... Fuck... Wollte durchziehen... Habe es aber nicht geschafft... Der ist aber trotzdem... Fast fertig... Okay... Levin... Komm auf den Schrank... Mach weiter... Ich geh nur mal in meinem Schrank... Achso... Oh... Wo bist du denn? Ich geh zum Colin... Ich bin an dem... Der ist gleich fertig... Geht schon mal... Der ist doch gleich fertig... Er schlägt mich... Aber trotzdem... Keiner wird die Palette sliden... Das macht Sinn... Oh... 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 Ich weiß... Kann der denn schießen... Oh... 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 Du meinst das... Nö... Ich geh nach oben... Hm... Hallo... Hier sind wir doch... Toll... Oh... Oh... Nö... Kommt in die Mitte... 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 Wir sind immer noch hier... Okay... Du hast auch ... Nee... Kommt in die Mitte... Ich bin da... Uh... Boah... Ich gasse, überlade... 佳... Jo... Aaaaah... 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 Das war's für heute. Er geht zurück. Er ist weg. Warum rennst du mir hinterher, du Wichser? Warum rennt er denn nicht einfach dir hinterher? Ich bin jetzt an der Check hier. Sorry. Nee, ich glaub nicht. Oh Scheiße. Nee, warte mal. Ich kann nicht flashla... Ich kann meine Taschenlampe... Ich wollte meine Taschenlampe nutzen, aber ich kann nicht. Oh mein Gott, nee, ne? Ja. Hast du gequittet, Selin? Ja. Ja. Weil davon mal steht, da steht immer Mac Pommes, What steht da jetzt? Ja. Ja, aber es bringt dir doch nichts mehr, wenn du jetzt noch quittest. Ich weiß. Nur ne Zeitstrafe. Dennoch kriegt sie keiner, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ja, normal schon. Fünf Minuten. Wie, ja? Lange spielte ich eh noch. Fünf Minuten? Ja. Lange spielte ich eh noch. Fünf Minuten? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich mach den anderen Gen hier auf der Seite, wo ich gerade den Gen gemacht, da ist noch ein Gen. Ihr macht ihn schon auf der anderen Seite, oder? Ich bin jetzt ja in der Check am Gen. Oh. Schrank? Haha. Bist du dann in der Nähe? Weiß ich nicht, wo das mal gucken, warte. Äh, ne. Geht so. Ich bin auf der anderen Seite der Map, ne? Ja, der macht's ja flächendisch da wieder mal. Meine Fresse, Alter. Ich geh los. Ich geh los. Komm, Doggy. Die. Ich geh los. Ja, ey. Geht's in die Mitte? Ist der in der Welt schon fertig? Ja, ne? Okay, dann geh ich wieder auf den Check Guck, bist du in der Check? In der Nähe von dem Check, ja, ja Dogi hat bestimmt Barbecue mit, weil dann kann er, falls er bei Barbecue die Leute nicht sieht und einfach in der Nähe seinen Strom-Ding machen Jetzt hat er beide Check mit dem weg Erst ist er ercheckt reingegangen Mit seinem Flächenschaden Flächenblitzing Er ist weg Ich hab keinen Puls mehr Oh nein, Colin Auch wie er es auch immer wusste Ja, gestern Abend hab ich auch noch gespielt Hatte einfach jeder Franklins mit, ne? Er hat zweimal daneben geschlagen Verletze gibt, existiert er gar nicht mehr Nickel aus Er geht, äh, in eure Richtung Ja, genau Ja, genau Ich kann dich nicht abhängen, ne? Ich muss mich erst beruhigen Das ist eine gute Frage Da kommt Da kommt er Wie lange funktioniert die Scheiße eigentlich? Junge Das ist eine gute Frage Hm-hm hallo herzlich willkommen beim stream er haut ab von mir jetzt hänge ich hier im stein fest oh scheiße ich weiß es noch nicht er ist doch hier in der nähe muss ja so beruhigen weil ich habe jederzeit puls glaube nicht dass er mich gerade er hat mir auf jeden fall nicht so wächst er kommt hier hin habe ich nicht darauf geachtet wo das war ja toll auf der anderen seite klasse oder wo ich weiß nicht wo das tor ist ich habe es nicht gesehen welches war ich hab noch zeit ja ich sehe es ich sehe es tschüss ich bin schiller und vier geworden der nikolaus ist gerade gesleidet keine addons ich glaube ja das ist seine er hat als allererstes hat er doch noch und er hat noch keinen anderen geleibet als außer dokter er wird ja also wer nimmt sich schlagende hoffnung mit er hat er guckt deswegen der hat er ich habe doch der er hat die mir gab das ist er ohne dumm noch fehler aufgetreten also mein gott Also, ehrlich. Achso, Colin, ich hatte heute auch mal wieder einen Streamer, ne? Der war irgendwie italienisch oder so. Hab ich direkt gesehen, da bin ich direkt mal in den Stream rein. Ich hab aber nicht darauf geguckt. Kilian hat den Stream währenddessen geguckt. Der war aber echt voll nett. Der war zwar italienisch, der konnte auch englisch. Ja. Der noch mal getötet. Was hast du? Der bin getötet. Hallo, herzlich willkommen beim Stream. Der hat, also, als er gestorben ist, hat er nur blöd geguckt, also so, hm, schade. Und, äh, aber als ich gesagt... Dann hab ich GG reingeschrieben, er hat gesagt, ja, Danke, hat er gesagt. Merci. Ist das Danke? Merci. Merci. Und die können alle englisch da. Naja. Ja. Ja. Aber der hat dann auch ein bisschen englisch geredet, oder? Bisschen zugeguckt. Bisschen zugeguckt? Ja. Aah, prends Französisch. Vielleicht haben die gedacht, ihr habt auch Französisch in der Schule. Hahaha. Die Klärin, Pies, Plank, die können auch bestimmt englisch. Aber, äh, äh, Französisch haben die gedacht. ist da noch ein lumpi da das muss ich ja machen wird dann in der scheiße ja macht auch jeder und die haben klicks du musst in so schwachsinn machen wird mir auch mal um mein gott wird mir auch mal was gutes empfehlen auf youtube-shorts empfohlen aber bei tiktok ist der konten schlimmer youtube hat er fast jeder jeder das Video rät mich so auf, warum Kuh fährt das mit an. Wohin, da erzählt dieser Fiddle mit seinem Kuh. Ja, dieser Fiddle. Diese Lache, die vergolt. Du fragst mich, bis sie die träumen. Oder hier, dieser Fiddle mit seinem komischen Dorfkind. Ach, halt die Fresse, Alter, ey. Was ist das denn, ey? 50 von 60 Videos sind von diesem Scheiß-Song bei mir auf TikTok, Alter. Guckst du Fennel? Ich hab den nicht richtig geguckt. Ich hab nur noch mal ein Video von dem oder so. Da hab ich mal geliked, zack, 30 Videos von dem Video. Nee, eigentlich guck ich den auch. Eigentlich ist den ganz cool, aber, äh, das ist ja, keine Ahnung, gespritzt. Ich guck den eigentlich nicht. Wir werden halt auf meiner Verlupe das gleich guck mal die Videos so an. Wenn er da irgendwie so dann wieder irgendwas, äh, verschenkt oder so. Guck ich mir an, was für, was für, welche Leute das dann kriegen und so, aber, äh, liken und folgen tue ich dem glaube ich. Glaubst du nicht? Ich hab den abonniert sogar. Ich glaube. Weil ich den eigentlich auch gucke. Nee, ey. Aber das... Spatz. Wenn ich dem nicht früher mal... Wenn ich dem nicht früher mal gefolgt bin, ich weiß Gott nicht mehr. Ich hab mir das Lied nicht mal angehört. Ich weiß nicht, ob das noch was schon drauf ist, ich glaube. Ich hab's natürlich schon gesehen, reicht schon. Trotzdem, ob ich da 10 Millionen Videos war. Jetzt warten wir wieder 10 Jahre und gleich gucken wir da Fehler. Ja. Ja. Nein, doch nicht. Mensch, was ist das denn? Ah ja, wir haben ja gerade eine neue Gruppe gemacht. Stimmt. Leute, ich scrolle jetzt so lange, bis ich etwas sehe, was ich gucke, ne? Eins. Oh, jetzt musst du nur einmal scrollen. Fünf, sechs, sieben... Oh, was ist das? Nee. Sechsmal. Das siebte Video von... ...habe ich's hier nicht geguckt. Weißt du, was das Gute an unserer Gruppe ist? Nehmen wir zwei PS4-Spieler, zwei PS5-Spieler, ne? Ja, oder? Wir kommen ja schneller rein, dann denken die Killer nie, wir sind eine Gruppe. Ja. Stimmt. Mhm. Chill ist ja aber. Naja. Killer drückt man wieder nicht. Wir suchen bestimmt immer die passenden Perks raus. Franklins. Nimm mit Franklins mit? Mhm. Gestern Abend hatte ich nur Franklins, also jeder hatte Franklins. Ich hatte einen Todesschlipper gehabt, ich hatte... Mit Franklins? Den hatte ich noch, ja. Hm. Wir hatten alle Franklins mit. Trickster, der hatte Franklins, was? Oh, Punkte, Punkte. Ich hatte zweimal Trickster sogar. Oh, hab ich nichts mitgenommen? Ups, ich hab nichts mitgenommen. Ich hab nichts mitgenommen. Mit dem. Du sollst ja leveln. Hm. What the fuck, Alter. Stimmt, ich hatte ja nur zwei Ego-Kuchen oder drei. Zwei, glaub ich. Oder drei, ich weiß nicht mehr. Zudem ist bei YouTube Shorts, du gibst jedem den Aufruf und dann denkt die, du guckst sowas. Jo. Trimix ist live. Monte ist live. Mhm. Ja. Trimix hab ich nur geguckt wegen, weil er Peck über den gemacht hat. Bei FIFA. Haha. Nur deswegen hab ich den geguckt. Oh. I hate this particular for. I hate this particular for. Irgendwie sowas sagt er. I hate it. Also es ist immer keine Dretche, keine Jägerin, keinen Fixta, also eine junge Frau. Naja. Keinen Schwein, keinen Freddy. Einen Ruin hat er. Er hat Ruin. Hexe. Bestimmt Hexe. Er hat heutzutage noch Ruinen mit. Es ist nur ein zweier... Michael, hinter euch! Hä? Hinter euch ist Michael. Oh mein Gott. Pass auf! Michael ist das und wir sind alle zusammen gespawnt. Oh super! Oh! Michael! Wegen, wegen meinem Tuch der Bindung sind wir alle zusammen gespawnt. Und da war auch nicht vom Schwert weg. Michael! Lass es! Ich bin super bei einem Michael dann. Michael! Michael! Michael? Ich bin jetzt bei dem anderen Ausgangstor am Gin. Also nicht so wie ihr gestern seid. Er saugt mich gerade aus, der Michael. Ja. Michael! Mikael, was ist los? Du kannst mir nicht mehr aussagen, Mikael, ja? Mikael Mikael daneben Mikael 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 Hören Sie mal Der hat mich verklickt, ich habe aus dem Felix aus Versehen gedrückt Nee, nee, nee Der hat mich Der hat mich völlig ausgelutscht Aber mich kann er nicht mehr lutschen Also mich kann er nicht mehr aussagen Mich hat er komplett ausgesaugt Ja, einen hat er zerstört Nooo, nooo How does this I don't say anything more And, no, just No, I don't say anything to do it anymore I don't say anything to do it anymore Och Mann You piece of shit Ich meine, Jen war fast durch Und jetzt ist er explodiert Weil irgendwo, weil zu denen aufgehangen wurde Und der ist für dich jetzt unterhälfte Und dann macht er das zurück Oh mein Gott, er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir Ich bin im Schrank Hilfe Ja, du guckst auf den Hirnkopf Was geht jetzt ein Gefährdefick Weiß ich nicht Da wollte er gar nicht haben Da fährt er zu wenig gestalkt Also mich hat er komplett ausgesaugt Aber Aber das reicht nicht Also es geht eigentlich eine Minute Aha Warum nicht? Loop ihn einfach, der ist voll schlecht Wirklich Ich bin die Palette Micaela Kommen sie zu mir Nein Oh, ich hab ihn gehört Der ist bei mir Der ist bei mir Micaela Der haut wieder ab Weil er mich nicht Weil er mich nicht aussaugen kann Oder Der kann uns hier überall sorgen Das ist Ossi Oh Ja Oh Gott, der quittet doch gleich Ja, hab ich Der quittet doch gleich Der kommt zu uns Oh mein Gott Hallo Scheiße Micaela Micaela Kommen sie her Micaela Micaela Du kannst mich nicht aussaugen Ich bin schon komplett ausgesaugt Ich geh mal weg Mit den Dings weitermachen Micaela I have to rupper I have to rupper Hühnchen with you Why, why do you come with killer tours I have to rupper I have to rupper I have to rupper Don't move on I have to rupper Say it to me eigentlich du hast doch 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 die erraten warte der sagt der sagt der sagt immer irgendwas zum michael das kombiniert sich auch gut mit selbstheilung ich halte mich 50 prozent schneller oder und euch hat auch diese lacht ja ey wirklich ach Michael du süß Nein Nein Aber den letzten Michael und Michaela, passt doch Ich verkack' keine Fähigkeitschips Ach, Scheiße! Na, Scheiße! Ich kann denen helfen zu Parship Ja Wohl Geisterhaken, ne? Komm, 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 komm Doch Da brenn halt nicht los Los Du dummste los Haken, haken, haken Ach, Mann Ja, aber Ja, der macht doch erstmal so ein... Ich glaub, der bleibt dir stehen Komm, komm her Nee, komm her Geht nicht Nee, nee, der ist weg Der ist weg Der geht rechts von mir Ja, jetzt wird er zurückkommen, hundertprozentig Aber egal Es gibt da nicht... Nein, nein, nein Ich sehe nicht Warte Der ist hinter mir In der Mitte so Ja, einer müsste sich hierhin bewegen, ne? Einer ist zum Schwamm gegangen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mikael, Mikael Was denn? Einer muss hier hinkommen Ja, ja, ich mach Was denn cham Hey look Ich komme Ich komme Oh mein Gott, mir war die Palette Alles klar Schnell Run Oh mein Gott Oh mein Gott Run 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 Gun 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 Mach den Gunner Wong Run 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 He He rapping Heromagnetic He devant dort ja haben sie in der zweiten phase ist er weg von der slimming ist da bei dir kommen andere torsie bei mir ich muss jetzt ja warte mal warte mal er müsste ja gleich beendet sein er ist hier bei mir aber an dem tor er kommt zurück er kommt zurück er ist da hinten gut mich kann er eh nicht mehr stalken mich kann er eh nicht mehr stalken lasst ihr euch nicht stalken jetzt geht raus und hier ist die luke direkt vor den füßen ich bleibe stehen die luke öffnet sich direkt bei mir vor allem der städt denn nicht das spiel auf dem herr nr schon dreimal nr der ist kristin 4 ja das bedeutet ja ja warum habe ich aber immer zu den Odem ich habe irgendwie gerochen dass der Ruf an der Krankgeschwester hat das habe ich am Anfang gerochen Lucia Games YouTube der macht YouTube ja ah ok auch ich kann die Profile ansehen beim nächsten Video Lumpi-Song-Cold Rockmeister Kuh und ich wurde zerstört in 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 DVD ich wurde zerstört ich ich wurde zerstört Daylight dieser dieser komische Nikolaus Cage mit Sonnenbrille oh der war so witzig immer ich wurde gejenrascht und gemobbt von Nikolaus Cage Stuttgart Lumpi-Song-Cold Rockmeister und ich habe wird Spanierin Osterfrau mit er hat auch okay aber nicht aktuell ist